Herzlich willkommen zurück zu Doom. Wir sind immer noch im Reich des Titanen. Und werden jetzt hier quasi zugebombt mit Gegnern. Och fett die... Alter! Da braucht vier. Vier von der Schrotflin. Natürlich geil. Ach schön, hier brauchen wir ja noch eine. Ach, ich lauf zurück. Schön, dass so ein Speicherpunkt könnte uns ja wenigstens da raussetzen, wo er auch gespeichert hat, ne? Machst du mal? Hallo? Ich glaube, der ist ein bisschen stärker als der andere. Na, komm her. Alter, bist du so wie eine Pussy? Alter, stürfst du mal, ne? Na, die ist halt... Also, Super Schrotflint ist die halt ein bisschen, ne? Ja. 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 Die heiße ich am meisten, die Gegner, also. Ich brauche Power, Jung. Ich brauche das, wieso. Ich brauche das wieder. Oh, naja. Hej, ich brauche das wieder. Dembald ich da schon mal wieder. Ja. Machst du es bei Worten? Ja, man kann ja echt kaum reden, man muss sich hier sowas von konzentrieren. Aber man kann sich sicher sein, dass es bei den kleinen fetten immer noch ins Wild irgendwo rumkommt. Mit der Waffe schaffen wir uns einfach nur zum Chloricill zu bewegen. Oh! Wo bist denn du? Oh ne, die nächste Welle. Oh, ein Fettsack. Der braucht definitiv mehr als die normalen, also der grüne ist stärker. Boah, die Musik. Alter Falter. Alter Falter. Alter Falter. Ja, das ist ja. Schade, bei dem hätte ich gerne einen Chlorikill gehabt. Hallo? Weil er ziemlich viel Health zurückgibt. Es ist noch nicht so... Hallo? Du frisst ganz schön viele Kugeln. So, bestimmt noch mehr aufgegangen. Hätte doch noch... Es sind schon viele Gänge und trotzdem bin ich hier total orientierungslos. Da muss ich hin, da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ach ne, hier, gut. Und zurück. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Weil ja dieser Spruch kommt ja eigentlich auch total sinnlos. Ich geh jetzt da hin. Ok. Karte aktualisiert. Ah, sonst geht's noch was. Bisschen durchboxen. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld hier. Und es wird wahrscheinlich auch eins werden. Was? Wo? Oh. Da drüben liegt was. Ok, nochmal hoch und zur anderen Seite weiter. Kann man da rüber kommen? So hier am besten. Was? Was? Was stimmt mit euch, ne? Oh. Was? Was? Was ist das mit euch? Was ist das mit euch? Ich bin voll! Was? Ich bin voll. Boah, jetzt das klingt ja wieder nach richtig. Hallo, ja genau das. Ah, alter. Sonst geht's noch, wa? Boah, genau das hasse ich. Gegner auf engstem Raum. Muss ich jetzt lang? Ach nee, muss hier lang. Ja, genau. Hm, machen wir das. Wusste ich, es gibt nicht ein Achievement, was keine Sau braucht bei Steam, aber naja, man kann es trotzdem machen. Oh, gehen wir mal von da. Ah. Au Ich stecken gar nicht in die Vögel Aufs Maul Wo ist ich jetzt hin? Ich geh erst mal hier hoch Ich brauche wieder so ein Fett Leider weiß ich gar nicht was ich hier mache Also wie immer Also wie immer Oder Aber perfekt Das Loch geschossen Ich muss Definitiv da drauf So würde ich sagen Perfekte Stelle für einen kleinen Cut Würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid Bis dann Ciao